Wie beschimpft ihr uns hier? He 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 Weißt du was? Du bist ein Arschloch! Und ein Wichser! Tom! Selber Ben! Ach ne! He 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 Weißt du was? Du bist so blöd! Du kannst nicht mal eine Kokosuch in deinen Arsch stecken! Und was mit dir? Du kannst nicht mal kacken gehen! Du kannst nur deine Kacke essen, wenn du am Ende felscht bist! He 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 Und Du kannst nicht bitte Du kannst nur deinen Arschloch Vielen Dank.